Hallo, hier ist euer Crazy Schmied und Willkommen hier zu Sonic on Order Racing in Transform. Wir haben in der letzten Folge, in seinem ersten Part, die einen beiden Events mit 2 Sternen geschafft. Nun können wir mit 2 Sternen, können wir dann dieses Tor öffnen. Wir haben 4 Sterne und gehen nun in dieses Event, Drift Herausforderung. So, und wir müssen 8 Zonen auf Mittel, man kann das auch auf Schwer machen. Ich würde sagen, wir waren jetzt auf Mittel und wir nehmen nicht Vital Sonic, sondern wir nehmen Knuckles. Weil, tja, also gedacht, komm, Dursten, das ist mit, äh, mit Sonic wäre es natürlich nicht so gut, aber, hm. Natürlich gibt es da noch ein Spiel jetzt gerade, aber den will ich nicht machen. Aber, ach übrigens, wenn ihr auch Sonic und All Stars Racing 2 entformt habt, dann könnt ihr euch schreiben. Also, ihr seht, die Zeit läuft davon und wir müssen twisten. So, dann kriege ich dann auch noch besser. Ui. Der letzte Tor, also. Wenn, und ihr fragt euch, wenn der Online Part kommt. Keine Ahnung. Es ist noch nicht mal geplant, ob ich Online Parts mache. Oder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was ich da machen werde. Warte. Aber, wow. Alter, wenn ich da meine... Was? Wow. Und da ist nun der letzte Tor und geschafft. Boah, Sticker freigeschaltet. Cool. Alter. Alter. Was war das denn? Lo... Äh... Null? Alter. Sticker freigeschaltet. Perfektion. Eine perfekte Wertung in einer Drift-Aufwartung erreicht. Ort freigeschaltet. In der Shibuya City. So. Weiter. Wir bleiben immer neue Orte frei. Wenn ihr natürlich wissen wollt. Und... Tja. Deswegen. Werden wir mal gucken, ob ich... Dann so. Nächste Herausforderung. Meine Güte. So. Wir haben jetzt sechs Sterne. Ich könnte jetzt auch so... Züglich. Wir haben nun ein Rennen. Also... Ein Rennen. Wir machen es auf... Normal. Auf Mittel. Also, ich läuft schwer. Ja. Höhöhöhö. So. Hm. Wir können jetzt irgendwie wieder Ai Ai. Oder... Hm. Ralf habe ich keinen Bock. Irgendwie könnte ich nehmen, aber... Mh mh. Sonic? Hm. Nö. Elkskri... Komm. Ich nehme nochmal mit. Metal Sonic. Nein. Natürlich nicht Metal Sonic auf der Wing. Hm. 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 Bidi... Bidi Joe. Bidi Joe nämlich. Und ja. Also. Los geht's an Rennen. Also. Reise ziehen hier vor deinen Gegnern. Zählt dritter Platz. Mit Bidi Joe. Also. Ihr kennt ja Crazy Taxi. Also. Ihr kennt ja das Spiel. Das gibt's ja für die Gamecube. Und ja. Da muss man so die Fahrgäste dann hinbringen. bringen. Ihr könnt da ruhig auf mein Playlist. Hab ja. Crazy Taxi. So. Let's play. Es kam daher kein langer. Kein weiterer Part. Das ist nicht so ein Drang ich hatte da. Also tja. Nun sind wir hier auf den Afterburner Trägerzone. So nennt sich auf Deutsch. So. So. Werenje imk an. Ja. Alyter. Jens. Reise imk an. Und dann aber auch mal ведь Spender. While перем luxurious bin ich nicht findes Spiel. War ja ziemlich. Ne. Was war das denn? Tails, hau ab! Gut! Aus! Das ist mein erster Platz! Boah! Ja, aber, tja, die ist, äh, die rennen... Wow, weil die Blink schießen noch... Halsschuh! Halsschuh! Was, Tails? Das ist in der Hand! Boah, ich dachte... Ich dachte, ich bekomme das High-Term. Aber, tja, man soll nicht die Abkürzungen benutzen, sondern vergibt man Zeit und... Tja, das gibt auch noch einen schwieriger Schwierigkeitsgrad und das würde ich lieber nicht allen empfehlen. Ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben. Seid ihr so durch oder... Oder wollt ihr das Spiel? Oder wollt ihr es wirklich durchspielen? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, dann würde ich es mir wissen. Den Monster aktiviert! Lala! Nein! Lass das! Tails, aus! Turboflucht! Puh! Was, Turboflucht? Was? Was? Nein! Alter! Was war das denn gerade? Alter! Das ist kein so eine Art Starry-Panzer! Oh, Feuerwerk! Yay! Aber das ist noch das Silvester! Also wirklich, es ist noch nicht Silvester! Nein! Kein Wurbel! Wurbel! Alarm! Nein! Alter! Kein Wurbel! Und ja, er nimmt die Abkürzung! Mist! Aber hab's mich so geboren! Yes! Boah! Also, ja, wieso jetzt ist? Hören Sie auf die Mitte, den Spieler? Und natürlich, wollte ich ja wissen, ob ich so gerade auf Mittelspiele war, weil ich möchte nicht aufs Schwerk gehen, also! Sticker freigeschaltet! Sticker freigeschaltet! Unantastbar! Platz 1 gelandet, ohne von Waffen getroffen zu werden! Cool, also! Respekt vor mir, also! Also, ich bin wirklich so cool und mache das so! Ich werde voll zickert, davon geboren! BAM BAM BAM! Wähle ein Ereignis! Wir haben zur Auswahl einen Versus gegen Amigo. Amigo. Und wir ein Rennen haben, ja. Wie ist der Name hier? Wähle eine Tour! Acht Sterne! Wähle ein Ereignis! Wenn ich da 10, 11, 12, wieder fett. Wird ich... Ich spiele natürlich auf Mittel. Und ich spiele auf Mittel. Geschwindigkeit! So! Boah, nun nehmen wir Metal Sonic und werden das jetzt Vollgas geben. Und ja. Und ja. Also ich freue mich noch drauf, wenn ich dann den Multiplayer mit dem guten Anime-Gucker machen werde. Also, da sind jetzt YOLO, YOLO, sondern Anime-Gucker. Keine Ahnung, wieso er gerade... 2, 2, 1... Runde 1... ... hat gegen B.D. Joe. Los! Los! Kugelfisch! Kugelfisch! Alter! Feuerwerk! Transform Turbo! Feuerwerk! Yes! Runde 2! Hejdere 3! Hejdere 3! Feiert! Feiert! Kugelfisch! Feiert! 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 Gute Karmoo! Ja, sieh. Die, 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 die... Ja, sieh. Da muss ich ihn, amigo. Die, die, die... Ja. Ja. Alter, Amigo ist echt ein hauer Typ. Kann ich euch nochmal verraten. Aber ich gewinne. Puh, wie leicht war das denn? Alter. Geschafft. Sticker freigeschaltet. Stanken, Gene Stunner in der Weltruppe gesammelt. Puh, alter. Okay, wir haben noch, ich glaube wir machen noch die restlichen Events. Also wir haben dann noch 1, 2, 3 Events, dann können wir zur nächsten Weltruppe. Den kaufen wir, also, also, so, schakalaka-tinga. Also, tja. So, wir haben eine Rennung und eine Turmurlaufforderung, ich würde sagen wir mal hier ein Rennen auf Mittel, wie gewohnt. Charakter-Auswahl. Das steht, ich frage jetzt mal ein eigenes Mod-Hop. Super, IP oder Super. Aber das CP muss ich. Kann man da noch jemanden? Hm? So, Glitter. Charakter-Auswahl. Oh ja, Ralf. Hahaha. Also, Ralf aus Ralf reicht. Also, wenn ihr den 5 kennt, dann habt ihr auch was sehen, was ich damit meine. Und den fahr ich jetzt halt hier im, im Drubel-Tempel, ja, so heißt es Drubel-Tempel, also Drubel-Tempel, nicht Trämpel-Tempel heißt es. So, davon gab es ja eine Demo, ich habe die Demo gespielt und ja, und ja, keine Ahnung, Alter, sind die so. Also, die in der Gerse sind die so. Das geht um ein. Okay. Ich kann da interessieren. Ah, ich hab zu. Ich kann da nicht nachdenken. So, ich kann da nicht nachdenken. Also, ich kann da nicht nachdenken. Ich kann da nicht nachdenken. Alter! Was du? Alter! Alter! Kommt, nein, geht doch noch. Wow! Alter! Also, wer ist er da? Alter! Benni Greif und Greif so schlecht oder liegt das an seinen Kart? Keine Ahnung! Aber woran das eigentlich liegt, war ja der Plan, dass ich nicht alle Herausforderungen auf Mittel schaffen werde. Alter! 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 Stand fehlgeschlagen! Alter! Alter! Tja... Bases! Turbo! Das darf doch nicht wahr sein! Für mich ist bitte Alter, nein! Alter! Was ist denn mit Dane los? Alter, nein! Alter! Alter, wie schnell bin ich denn eigentlich? Alter, nein! Nein! Boah, ich hätte fast einen Fehler machen können, aber geschafft! Außerordentlich! Erster Platz! Das war nicht ordentlich! Boah! Erreignis abgeschlossen! Acht, Bär! Er, 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 ist gut! Ort freigeschaltet! Ah, Drubeltem... Ne, bleibt Drubeltempel, okay? So, es sind dann noch zwei Events, ich glaube... Welle, ein Ereignis! Oh, selbst den haben wir schon! Alter! Okay, wir haben nur eine Turbo-Auforderung und dann noch ein Rennen und ja... Welle, ein Ereignis! Ich würde sagen... Ich würde sagen... Nein, 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 bleibab! Ich würde sagen, wir werden in der Nacken-Polge diese Welt abschließen und dann auch der anderen Welt anfangen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann in der Nacken-Polge. Also, bis dann!